Healthy Habits im Menokool Podcast. Es geht um das Kauen und warum es zu unserer täglichen Gewohnheit werden sollte. Sag, wann hast du das letzte Mal bewusst gekaut? Vielleicht als du eine Möhre gegessen hast? Richtiges Kauen ist mega wichtig für unsere Verdauung und für unsere Gesundheit und es kann helfen, eine Ernährung zu einer gesünderen hinzuführen, wie das geht. Darum geht es heute im Podcast. Und auch ganz wichtig, ich bin auf der FIBO vom 11. bis 14. April mit dem Thema Menopause. Alles rund um die Menopause. Es geht um Essen für die Hormonbalance, besser schlafen durch die Ernährung, es geht um Food for Health, es gibt Menopausen-Yoga, aber ich erzähle auch noch etwas davon. Bereit? Dann lass uns loslegen. Bestimmt kennst du die Lebensweisheit, gut gekaut ist, halb verdaut. Doch in unserem hektischen Alltag gehört das Kauen nicht irgendwie an erste Stelle, sodass wir sehr häufig unsere Mahlzeiten gedankenlos verschlingen. Spannend auch in dem Zusammenhang, unser Fokus liegt bei der Ernährung seit Jahrzehnten darauf, was wir essen. So wissen wir im Grunde doch alle recht gut, welches Essen gesund ist und welches weniger. Wie wir essen, findet dagegen kaum Bedeutung. Wir haben Verlern uns Zeit zum Essen und eben auch zum Kauen zu nehmen. Sehr häufig hat das was mit der Bequemlichkeit beim Essen zu tun. So wie wir Menschen selbst für kurze Wege gerne das Auto nutzen, so wollen wir heute auch sehr häufig beim Essen rasch satt werden und schnell unsere Genusslust in Anführungszeichen befriedigen. Kurzfristige Lösungen wie Fast Food oder eine Tiefkühlpizza oder Kartoffelchips, die erfüllen diesen Wunsch nach Bequemlichkeit und dass wir unfassbar schnell befriedigt sind von diesem Sättigungs- und Geschmacksbedürfnis. Es gibt einen Unterschied, den ich ganz wichtig finde. Wenn wir uns zu wenig bewegen, weil wir zu viel sitzen, dann können wir das noch gut mit Sport ausgleichen, indem wir dann sagen, okay, ich mache abends Sport. Allerdings ist unser Fehlverhalten, wenn wir zu wenig kauen, das können wir nicht einfach umkehren. Also das beziehungsweise schon, indem wir eine Art von Sport machen, wenn wir das so sehen, dass wir kauen. Also das hilft eben. Aber es hilft dann nicht, wenn wir denken, okay, unser Fehlverhalten bei der Ernährung, weil wir zu wenig kauen, da können wir eine Tablette für schlocken. Das gibt eben nicht. Das Problem ist eben, wenn wir zu wenig kauen, wenn wir zu hastig schlingen, dass unsere Nahrung zu wenig aufgeschlossen wird und für die Aufnahme der Nährstoffe im Körper unzureichend vorbereitet sind. Und so kannst du dir vorstellen, dass ganze Verdauungsabschnitte lahmgelegt sind, lahmgelegt werden oder weniger gut funktionieren. Der Stoffwechsel ist dann ungenügend und Mahlzeiten, das was du gegessen hast, das wandert dann so wie ungenutzt durch den Körper. Wir schaffen es also dann mit einem vollen Bauch und vielen Kalorien, die wir zu uns genommen haben, trotzdem mangelhaft ernährt zu sein, weil einfach die Nährstoffe nicht ankommen. Das Ergebnis, wir werden immer müder, energieloser, schlafer, nehmen an Gewicht zu und schließlich können wir auch krank werden. Verdauung beginnt bereits im Mund, das wissen wir auch, oder? Und Zähne sind wichtig für die Arbeit, um eben zu verdauen und dann kommt auch Speichel hervor, wenn wir eben kauen und das hat ganz viel mit dem Start der Verdauungsarbeit zu tun. Der Magen muss dann nämlich keine großen Brocken mehr verarbeiten, denn eben wie im Mund beginnt schon die Verdauung, der Verdauungsprozess der Kohlenhydrate. Dafür haben wir das Enzym Amylase. Das ist dafür da, um komplexe Kohlenhydrate in kleinere Zuckermoleküle zu spalten. Und diese nimmt der Körper dann über die Darmschleinhaut auf und nutzt sie als Energielieferant. Und wir brauchen Energie, wir brauchen ständig Energie, selbst wenn wir schlafen. Essen wir zu hastig, dann führt das meist zu einer unzureichenden Kohlenhydratverdauung. Und Beschwerden im Dickdarm sind die Folge, weil sich dort Darmbakterien über die vielen unverdauten Zuckermoleküle hermachen. Das ist ein Fermentationsprozess, der dabei abläuft und es entstehen Gase, die können eben Blähungen verursachen und ein ungutes Gefühl im Bauch. Darüber hinaus kann langfristig auch eine Fehlbesiedlung des Darms drohen, Da eben spezielle Bakterien, die sich von Zucker ernähren, überproportional zunehmen und andere Bakterienstämme, die verdrängen sie. Wir haben dann also eine gestörte Verdauung. Die Darmflora gerät aus ihrer gesunden Balance. Und meist ist es auch so, wenn wir zu wenig kauen und zu schnell schlucken, dann schlucken wir eben auch Luft mit. Und das kann zu einem Blähblauch führen. Das heißt, wenn wir besser kauen, schlucken wir ziemlich wahrscheinlich auch weniger Luft mit. Und das macht sich dann auch in einem flacheren Bauch bemerkbar. Wenn du jetzt denkst, Kohlenhydrate zu vermeiden, das wäre doch dann eigentlich eine gute Idee. Ist ja eh oft das Thema, Kohlenhydrate sind nicht so günstig. Ist allerdings keine gute Idee, denn gerade Lebensmittel, die viele komplexe Kohlenhydrate enthalten, wie zum Beispiel Hafer, Flocken, Hülse, Hülsenfrüchte, Gemüse und Obst, die sind besonders gesund. Sie enthalten nämlich reichlich Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und vor allem Ballaststoffe, die wiederum für den Darm lebenswichtig sind. Der ernährt sich nämlich davon. Was auch ganz spannend ist, wenn wir gut kauen, ist die Chance groß, dass wir weniger essen. Denn Kauen hat einen enormen Einfluss darauf, wie viel wir essen. Der Grund ist dadurch bedingt, dass wenn wir kauen, dann lernen wir wieder unser Hunger und das Sättigungsgefühl besser zu spüren. Hunger ist auch ein ganz wichtiges Gefühl, dass wir das wieder lernen, weil sehr häufig lassen wir das gar nicht zu. Sobald erster Appetit kommt, essen wir schon was. Und durch dieses Kauen lernen wir nicht nur Sättigung, sondern auch das Hungergefühl wieder gut zu spüren. Wenn wir langsam essen, wenn wir gut kauen, dann geben wir unserem Körper die Chance, ihm dieses Sättigungsgefühl wahrzunehmen. Und das stellt sich meist erst nach 15 bis 20 Minuten ein. Das heißt, sich Zeit fürs Kauen zu nehmen ist eine gute Maßnahme, wenn es zum Beispiel ums Abnehmen und ums Wohlbefinden geht, weil wir uns dann eben seltener überessen. Was auch schön ist beim Kauen, wenn wir gut kauen, ist, dass die Lust auf Fertiggerichte ziemlich wahrscheinlich vergeht. Denn das Kauen hat auch Einfluss darauf, was wir essen. Extrem verarbeitete Lebensmittel wie zum Beispiel Chips, die werden durch längeres Kauen geschmacklich eher schlechter. Ein Apfel dagegen, der schmeckt intensiver, je länger wir ihn kauen. Und all das bewirkt unser Speichel. Denn unser Speichel, der ist viel mehr als nur ein, in Anführungszeichen, Gleitmittel. Es ist nämlich ein Geschmacksverstärker. Erst durch den Speichel können wir Geschmack und Aromen wahrnehmen, beziehungsweise die entfalten sich durch den Speichel. Und wenn du magst, kannst du es auch einmal testen, indem du deine Zunge abtrocknest. Und dann Salz oder Zucker draufstreust und dann wirst du nichts schmecken. In dem Moment, wo wieder Speichel entsteht, schmeckst du was. Die Lebensmittelindustrie, die produziert viele Produkte, die nicht mehr gekaut werden müssen. Und wir schmecken trotzdem. Also wir haben ein Geschmackserlebnis, obwohl sie eben nicht mehr gekaut werden müssen. Zusätzlich schmecken sie immer gleich und können dadurch eine Geschmacksabhängigkeit verursachen. Das heißt, du willst dann immer die gleichen Chips essen, die gleiche Schokolade, den gleichen Joghurt. Und sobald etwas anderes kommt, dann denkst du, das schmeckt aber komisch. Vielleicht kennst du das, wenn du mal ein anderes Produkt genommen hast. Das kann also eine Art Geschmacksabhängigkeit verursachen. Was so ganz cool ist, sich das so zu merken. Alle Nahrung, die du in den Mund nimmst, die schon schmeckt, bevor du sie richtig gekaut hast, die tut nichts für dich. Weil sie Zusatzstoffe, künstliche Geschmacksverstärker enthält und dich in die Irre führen will. Also du musst dann nicht mehr kauen und das ist einfach nicht gesund für unseren Körper. Wenn wir kauen, dann sind wir eben aufmerksam und verlieren mit der Zeit die Lust, den Appetit auf ungesunde Fertiggerichte, weil sie uns einfach nicht mehr schmecken. Denn je länger wir sie kauen, desto fader schmecken sie. Probier das unbedingt mal aus, dass du wirklich Lebensmittel isst, die Geschmacksverstärker drin haben und die dann kaust und kaust. Das wird einfach sehr fade mit der Zeit und dann umgekehrt natürlich auch den Test machen mit dem Apfel. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie soll man kauen, weil man kann das trainieren, man kann das üben. Wir haben das sehr häufig vergessen und legen keinen Fokus da drauf. Es gibt keine Faustregel, die besagt, dass man so und so oft kauen soll oder kauen muss, also 20 bis 30 Mal. Das hängt natürlich ganz stark von der Konsistenz ab des Lebensmittels. Du kannst nicht jedes Lebensmittel so lange kauen. Also einige Lebensmittel, wie zum Beispiel eine Möhre, kannst du besser oder länger kauen und Äpfel auch. Aber andere Dinge kannst du, so eine Banane zum Beispiel, die wird ja viel schneller flüssig, wird zu Brei. Das geht also vielmehr darum, dass du generell dem Kauen mehr Achtsamkeit schenkst und dies auch zu trainieren. Wichtig dabei zu wissen, wir haben alle einen aktiven Schluckreflex und das ist auch gut so. Das Tolle ist, wir können die Zunge trainieren, damit sie kontrolliert, was schon runtergeschluckt werden darf. Also der Schluckreflex ist da. Die Zunge kann eben unterstützend wirken, dass wir nicht zu früh schlucken. Zu Kautraining oder dieses achtsame Kauen, da brauchst du wirklich nicht mehr als eine Minute. Dabei geht es nicht um die Stärkung der Kaumuskulatur, die ist sowieso schon stark genug. Das ist die kräftigste Muskulatur im Körper. Es geht hier um die Ausdauer, also um die Länge. Also du suchst dir für das Kautraining ein Lebensmittel deiner Wahl aus und kaust es so lange, bis es komplett zerkleinert ist. Und dann schluckst du es und nutzt eben auch die Zunge dazu. Wenn du das Kautraining über 14 Tage absolviert hast, dann wirst du feststellen, dass sich dein Kaufverhalten verändert hat, du langsamer und weniger isst und intensiver schmeckst. Also nochmal zusammengefasst, du nimmst dir täglich eine Minute Zeit. Dann suchst du dir ein Lebensmittel aus, was gut gekaut werden kann. Das kann eben eine Karotte sein, Apfel oder ein Vollkornbrot. Du nimmst das Lebensmittel in den Mund und beginnst zu kauen. Empfindest ganz am Anfang schon bewusst den Geschmack und schluckst dann erst, wenn sich das Lebensmittel völlig verflüssig hat. Und die Zunge, die darf dich dabei aktiv unterstützen. Du kaust also so lange, bis alles komplett zerkaut ist und dann schluckst du. Und dann fragst du dich nochmal, wie schmeckt das Lebensmittel jetzt oder welchen Geschmack, welches Aroma hat es hinterlassen, als du es am Anfang in den Mund genommen hast. Ganz wichtig zu wissen, dass du da auch die Sensorik einfach für dich schulst. Noch ein letzter Abschluss, was ich auch sehr schön finde, ist wirklich, dass wir das nicht vergessen. Kauen ist ein Lustgewinn. Essen gehört, denke ich, für sehr viele Menschen zu einer der schönsten Aktivitäten. Und wenn wir kauen, dann können wir die Dynamik unserer Kaumuskeln, unserer Zunge, des Gaumens und des Mundes einfach spüren und dieses wunderbare Lustzentrum entdecken. Und es ist ja eigentlich kaum zu glauben, dass wir dieses wundervolle Körperteil, also diesen ganzen Mundraum, so stiefmütterlich behandeln. Und auch die Zunge bewegt sich kaum noch. Deswegen spiel mit deiner Zunge unbedingt auch beim Essen. Sie wartet nur darauf, dass sie bewegt wird. Denn auf der Zunge befinden sich die wichtigsten Geschmacksknospen, die deinen Geschmack, oder nicht die deinen, sondern die den Geschmack erst dich wahrnehmen lassen. Kauen kannst du dir so ein bisschen vorstellen wie ein Liebesakt im Mund. Und übrigens ist Kauen auch die beste Schönheitsgymnastik für dein Gesicht. Und es reduziert auch Stress. Und wenn du das noch einmal gerne zusammengefasst lesen möchtest, ich habe einen Artikel dazu geschrieben für die FIBO. Ich verlinke das in den Shownotes. Und dann habe ich ja ganz am Anfang auch erzählt, dass ich bei der FIBO bin. Ich bin Ambassadorin für die FIBO, für Frauengesundheit. Und dieses Jahr bin ich für die Menopause für Frauen ab 40 plus da und habe verschiedene Vorträge. Ich mache auch Yoga. Und die FIBO findet vom 11. bis 14. April in Köln statt. Wo du dir Tickets besorgen kannst, das verlinke ich auch in den Shownotes. Dann kannst du da schauen, was für ein Ticket du wählen möchtest für einen Tag oder vielleicht das ganze Wochenende. Also kannst du dich da gerne mal umschauen. Und es geht halt um Essen für die Hormonbalance. Und wir machen ein Smoothie-Tasting dazu. Es geht um besser schlafen. Und es gibt dann ein Gute-Nacht-Trink, den ich live zubereite, den du dann testen kannst. Wir machen Menopausen-Yoga für Frauen 40 plus. Und es geht eben auch um Food for Health. Das ist ein Vortrag eben auch für die Menopause. Also siehst, ganz spannende Dinge. Und ich bin von Donnerstag bis Sonntag da auf der FIBO. Wenn du da bist, dann kontaktiere mich auch gerne über Instagram. Am besten Instagram. Das verlinke ich auch in den Shownotes. Dann können wir uns gerne dort einmal sehen. Also Kaugut. Das ist sehr, sehr gut für jegliche, für deine Gesundheit, für Stressreduktion, für die Schönheit. Also ganz liebe Grüße. Bis bald. Deine Petra vom Zürichsee. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.